Ja, Hallöchen, Freunde, und hier sind wir jetzt auch wieder in Rust. Heute bin ich mal alleine und... Äh, b-b-b-b-b-s... Ja, ich bin heute mal alleine und zwar ist das jetzt einfach nur eine Folge, die ich machen werde und ich hab ja nicht auf die Uhr geguckt. Oh Mann, bin ich schlau, ey. Okay, äh, b-b-b-b-b-b-b, ja, gut, passt, so. Ähm, verdammt. So, ich wollte jetzt irgendwas... Genau, ich mach so eine Folge, weil ich muss jetzt unbedingt... Wir kamen leider nicht zum Aufnehmen. weil andere Aufnahmen für ein kleines Spezial, was zwar gerendert ist aber bis jetzt noch nicht hochgeladen ist deshalb ja, jetzt diese kleine Überbrückungsfolge und ich guck mal grad, was baue ich alles für eine komplette Kevlar-Rüstung Kevlar-Boots 4 10 15 19 So, weiter geht im Klartext und 4 7 11 14 So, ähm die Flur haben wir Oh es wird gerade dunkel Ja Dann marschieren wir mal gerade nochmal zum Haus Das Haus Aber, ja Haus weg Aber es steht noch Wir haben schon mal so weit wieder her Supi So, ähm Ja, haben wir das ganze Haus mal nochmal ein bisschen Wurzum Henker Ist die Ja, wieso nicht Wieso Nicht Äh, egal Ähm Ja, was wollte ich sagen Wir gehen den Typen jetzt mal kurz begrüßen Ähm 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 Metal So Ich hasse das diese Begriffe Ähm Ähm Ich habe jetzt irgendwie nachts keine Lust Irgendwie sonst wie rumzulaufen Und die haben ja eh gerade mal alles Was wir schon mal brauchen Für den Hausbau Ähm Gut Gut, gucken wir mal gerade Ob schon irgendwas ins neue Lager einsortiert wurde Ich hoffe ja mal Schon, weil Das alte Lager Ist ein bisschen überfüllt Hier kommen jetzt einfach mal Leder und Cloth Rein Apropos Ich lüfte schon was rum Ich habe es doch gehört Ich lüfte schon was rum Ganz leise Nein, Schatz per Seite Also, ähm Die Frage ist noch Was läuft hier rum Wow Türen über Türen Sinn Vorm Eingang Moment Ich hasse das Wenn ihr einfach irgendwas rumstiefelt Gut Hat sich gerade geklärt Ähm Was ich machen wollte Nachladen Genau Habe ich Nein Ich habe keine Flau Ähm Was ich machen wollte Mal gucken wie viel was ist Gut Wird wieder hell Das macht Spaß Nein Also Spaß beiseite Ähm Oh Oh Ich weiße woher er kommt Ich kenne ihn ja Aber... This is a quest for Jean East. Warte mal, habe ich nicht... Doch, ich habe doch schon eine komplette Kevlar Rüstung gemacht. Ich nehme mir einfach das Zeug was er hat, und crafte die später, und gebe ihm dafür schon einmal die komplette Kevlar. Ne 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 ne. Badman... Nein, ähm... Ne 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 ne. Kevlar Rüstung. LOL Irgendjemand hat sich hier eine komplette Kevlar-Restung rausgeholt NO 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 Stupido Was bleibt denn der? Es ist tot Äh So Wieder da Ähm Ja mal kurz was gucken Ich war grad nicht da War abgelenkt Story So okay Nehmen wir das mal mit Und dann Fangen wir mal gleich schon zu craften Ähm Das dauert jetzt lange 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 Er hat aber immerhin schon Moment Ich kaufte jetzt erstmal die Weste So 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 Soll er die hier schon mal kriegen Und die Hose soll er auch kriegen So So Soll er die hier schon mal kriegen So 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 Gut, und wenn wir das haben, dann kriegt das in Low-Quality-Metal wieder, und das und das. Alter, jetzt spammt der Rick wieder. Sonnenaufgang. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir mal zwei Hilfen holen. Ups. Ähm, ich muss mal kurz gucken, wo nehme ich ihn auf? Oh, eigentlich ganz normal, gut. Moment, da gucke ich jetzt mal gerade nach. Alter! Alter! So, wieder da. Ähm, wir haben das Spiel gerade abgeschmiert. Das soll jetzt aber auch egal sein. Und zwar... Laufen wir mal kurz in die Stadt und gehen mal kurz noch ein bisschen plündern. Werden das... Werden das bestimmt dem letzten Mal Zombies begegnen? Boah! Boah! Ups! Nehmen wir doch einfach... Nehmen wir doch einfach die Waffe. What the fuck? Ähm... Wo waren wir? Ja, ach egal. Ähm... Genau. Zombies töten. Also... Nö. Ich geh jetzt mal nicht da rein. Scheiß, ich hab die anti-mediation-Pils ausgetan. Egal! Äh, nö. Ja. Jihau! Jetzt geh mal hier rein und dann... Knister, knister, knister. Steralung. S-T-R-A-H-A-L-U-N. Äh... Cloth. Gunpowder? Nee, schlecht. Let's look. Was haben wir denn hier? Oh, ne Millimeter Ammo. Mäh. Yay, kaum grisselt das Bild. Markthraps nicht mehr so richtig. Gibt's auch gar nicht. Muss ich Städte ab sofort vermeiden, deswegen... Alter, nice. Ist zwar genau dieselbe Waffe, die ich auch habe, aber sie hat ein Waffensplatt mehr für irgendwelche Verbesserungen. Und ich muss mich an dieser Stelle auch mal verabschieden, weil die Folge ist, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.